Es war schon immer so, unser Pyro Jahr MD5Works, ja nun willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Ja Freunde, heute präsentiere ich euch hier den Pyro Adventskalender, der dieses Jahr auf euch wartet Und zwar ist der Kalender, wie auch schon auf Instagram angekündigt Von PyroMainia95, abonniert ihn auf jeden Fall auf Instagram, erster Link in der Beschreibung Und ja Pyro, scannt euch einfach mal, wie wunderschön dieser Kalender aussieht Hier die Zahlen alleine, das steckt richtig viel Mühe dahinter vom PyroMainia Sieht einfach geil aus, wie auf den kubischen Kanonenschlägen Mega, mega geil Und ja, der wartet auf jeden Fall auf euch Und ja, es wird im Dezember jeden Tag natürlich dann ein Video kommen Vom Kalender vom 1. bis zum 31. Genau, und natürlich wird jetzt aber nicht nur der Adventskalender kommen Sondern es werden auch Tage geben, wo dann mal 2 Videos auf meinem Kanal kommen Deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall mich zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt Und die Glocke zu aktivieren Ich selbst weiß auch noch absolut gar nicht, was sich in diesem Kalender befindet Deswegen ist das für mich auch jeden Tag eine Überraschung Und Leute, gönnt euch mal hier die 1 Das ist die 1 Mit dem ganzen Paket Und das geht von hier bis hier hinten hin Ich habe ja am 1. Dezember noch Geburtstag Deswegen ist es umso geiler für mich Mit so einem fetten Paket zu starten Und ja, vielen Dank nochmal an den PyroMainia 95 Mega, mega fetter Kalender Ich bin mega gespannt Und ihr könnt es auch Der PyroMainia hat versprochen, dass es wirklich Richtig geil wird Und ja Da glaube ich auch dran Er sieht auch mega geil aus Ich bin wirklich sehr gespannt Und ja Freunde Auf jeden Fall abonniert die Glocke Abonniert mich, like das Video Und dann ciao Und bis zum nächsten Video Bis zum nächsten Mal